Norddeutscher Rundfunk 2021 Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Das Große, Volle Backen, heute mit Adel Tawil! Wir drei werden uns abwechselnd hinter diesen Tisch begeben und versuchen, einen Song, der auf so einer Karte steht, zu summen. Und das mit vollen Backen. Und die Backen füllen wir mit einer tollen Köstlichkeit, die sich hier vorne befindet. Während einer performt, müssen die anderen beiden den Song erkennen. Das heißt, wenn ich jetzt Summe und Adel, du weißt es, buzzerst du. Wenn's richtig ist, gibt's einen Punkt. Wenn's falsch ist, hat Dennis die Chance, abzustauben. Die Regeln kennen die Leute aus so einem Hitformat. Die Regeln kennt ihr ja. Jeder von uns drei wird dreimal summen. Und am Ende gewinnt derjenige, der die meisten Songs erraten hat und somit auch die meisten Punkte gemacht hat. Seid ihr ready, Adel? Ja, voll. Bereit? Ich hab Diabetes, kann ich das trotzdem spielen? Bitte was? Okay, nehm ich einfach ... Sind das Rosinen oder Schokolade? Schokolade. Okay. Ein ganz normaler Dienstagabend für dich, oder? Ja, super. Noch ein bisschen langsamer. Ey! Nee, das ist Lena, Satellite. Ja! Aber gut, gut, super. Schön stopfen, ne? Nicht nur abbeißen. Mhm. Bräuchst du schon, irgendwie ... Scheiß-Internet, ne? Okay, der Kirschplunder. Ja, ja. Mach euch alles dreckig, wir haben Praktikanten. Gib ihm, gib ihm! Nee! Nicht nur abbeißen! Naja, nochmal, keep going, keep going, keep going. Äh ... Bilder von dir, von ... ähm, äh, Lenzaldin! Ja! Okay, Dennis, wir können ganz kurz festhalten, du hast zwei Punkte. Adel hat null, ich hab null. Boah, das ist total schwer, ist richtig geil. Nee, nicht halbieren. Ich muss eh abbeißen. Das kriegt der noch niemals rein. Kann ich ihn schlecht sagen? Hältst du schlecht? Rein, 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 fahr rein, rein, muss voll sein. Ganz kurz, liebe Freunde, es wird natürlich hier nichts weggeschmissen. Entweder essen wir es oder der ganze Rest wird zu einem großen Teigballen zusammengeklumpt und wird an die Funkzentrale geschickt. Die können damit sicherlich was anfangen. Oh ja, das wird lecker, danke, ihr beiden Comedypreisgewinner. Ab ich weiss klar ist, ich weiß kriegen, die ich hier auch nicht mehr selber vielleicht nicht mehr sagen, ich weiß nicht mehr. Aber klar ist das, wenn wir das so Spaß haben. Ich wohne dieietearte-runde-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele.. Marc Forster, Übermorgen. Jajaja!!! Gut, Dennis, gut! Ich würde nie was anderes machen. Wenn du das machen würdest. Adi, ganz kurz, ich muss das ansprechen, ich möcht's sehr gerne. Deine Single kam raus, die Welt steht auf Pause. Wie war das Feedback der Fans? Großartig. Weltklasse. Weltklasse. Der Song ist eine Granate. Der Song steht vielleicht auf Pause, aber mir auf Repeat. Oh! Okay. Ich hab hier noch was gut zu machen. Nehm ich mal den Rest der Apfeltasche, hier ist das Apfel. Mhm. Ich hab's mal bei Wettessern gesehen. Lecker. Der ist auch ... Oh! Es ist ja auch so, jetzt weiß ich wieder, ich kann euch ja manchmal nicht auseinanderhalten, aber einer ist der ekelhaftere. Das ist er, ne? Ja, genau, richtig. Ja, absolut. Ah! Ah, 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 ah. Spice Girls! Spice Girls mit If You Wanna Be My Lover. Ja, lachen die gelten. Whatever. Wannabe, wannabe, wannabe. Wie find's unser Spielkonzept, Adel? Ja, wunderbar. Wir haben das erprobt und wir haben's dafür gut gefunden. Sat.1 willst du kaufen? Du wärst der Kirsche. Ich bleib bei denen, ich mag das auch. Ja, ja. Ja, so, ne? Ein Stückchen Kaffee dazu oder so. Latte Macchiato. Mehr. Da muss mehr. Kämpf dich rein! Verbeiß dich! Wie ein Bull Terrier! Mh, mh, mh. Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Ja! Ja. Ja, das weiß ich. Nickelback. Äh, How You Remind Me. Du klingst mit Kirschkuchen fast besser als ohne. Hast du das ganz im Mund gesteckt letztes Mal? Ja. Wie soll das funktionieren? Das geht. Ist schwammartig. Ist ickelhaft. Gib dir die Plazenta. Los, rein! Immer so ein Stück drüber. Ja, komm, du hast es gleich. Enrique Iglesias Hero. Ja, aber nicht schlecht. Das ist mein Lieblingslied von Enrique. Freunde, aktuell der Punktestand. Dennis führt mit drei Punkten. Geil. Und Adel, ich hab schon zwei Songs erkannt. Und Adel ist einen. Liegt natürlich an uns beiden wahrscheinlich, weil wir so schlecht summen. Ruckzuck. Oh, Junge! Das ist so ickelhaft. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das irritiert extrem. Ich weiß aber, wie heißt die Band? Ich kann den Band-Namen nicht ein, scheiße. Äh, aha, Take On Me. Wow! Adel geht Liebe bei dir durch den Magen. Kann man den Herz erobern mit einer leckeren Tagliatelle, mit Lachs? Ja, Tagliatelle schon, aber ohne Lachs. Kannst du gut kochen? Nicht so wirklich, aber ein paar Sachen kann ich. Was kannst du denn? Pasta ist gut, Pasta kriegst du nicht mehr. Pasta mit Pesto. Pasta, schön mit Aubergine zum Beispiel. Pinienkerne angeröstet in der Falle. Nice one. Okay, gib ihm. Ja, das ist es. Und da kämpft dich, Adel, durch! Genau! Hey, 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 was macht denn Adel da? Ja, das ist für die YouTube-Blödel-Schaubwolle. Nimm dir den Mund keinen Sinn vor! Mmh! 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 Ja, hier! Hier, was hör ich hin. Mmh! 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 Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Mmh! Ja, ja, ist der heißer Song aus? Mmh! Mmh! We are the Champions, Queens! Mmh! 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 Zum Fadel. Mmh! Oh mein Gott. Willst du jetzt noch mal ... Ich bin noch mal ... Klar, ich hab ja noch einen Song. Oh! Los! Bis zur Galle runter! Das ist so ... Geht doch! Es geht doch! Genau, Sevilla, der zählt! Und ... Mmh, mmh, mmh! Mmh, mmh, mmh! Und ... Rolling Keating, Life is a Rollercoaster. Großartig! Ja, ich wusste ... Das war das große volle Backe mit Adel Tabil! Wenn das keinen Grimme-Preis gibt, weiß ich auch nicht. Damit gewinnt Dennis mit fünf Punkten! Einsamer Spitzenreiter. Dein Gewinn, genau. Ach so, ja. Ich weiß, ehrlich gesagt wirklich nicht, was hier drin ist. Ein Bentley Cabrio. Der Gewinn ist die Handynummer von Jürgen Milski. Na, du die doch schon hast, Dennis. Würdest du ihm Adel die Telefonnummer schenken? Ja, ist die Handynummer. Das ist großartig. Sehr gut. Deine Singles werden für uns natürlich totgestreamt. Totgestreamt, kaputt gestreamt und auf Dauerschleife. Schick Swipe ab, dann mach ich, schick Swipe ab. Schick Dropbox-Link und ich mach Swipe ab. Und folgt auf Instagram und TikTok und yeah, you know, everything. Oben, Jeder Hund immer von Phil Laude. Und unten gibt's Korrekt oder Weg mit Slavik und Weiß. Auf World of Wiedersehen und Farewell.